Da muss ich mal auch tatsächlich sagen, ich mag keine Spiele, wo ich tatsächlich immer nur weglaufen muss. Also ich mag sie schon, wenn sie eine interessante Story haben, aber... Ja, zu der krasse Gegensatz dazu, dass man ja vorher sich immer wehren konnte. Ist die Tür dann noch aufgemalt? Ne, da ist ja vorhanden vor. Äh, ist für mich gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist genauso wie damals bei Bioshock. Wo das eine DRC noch rauskam, wo du so waffenmäßig kaum was ausrichten konntest. Das ist so ein krasser Umsprung. Kann ich mir der Tür irgendwas ausrichten? Wahrscheinlich nicht. Kann ich irgendwas sehen? Scheiße! Äh, oh mein Gott! Du musst hier raus! Da kommt so eine Alz... Oh! Ich wollte die gar nicht näher sehen, die hätte mich bestimmt getötet. Das ist doch seine Schwester, oder was? In so einem roten Kleid, so saß sie doch immer auf den Bildern. Oh, mir war gerade ganz eklig. Ich habe... Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay. Lass uns einfach ihr abholen. Mir geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Hey! Die kennen wir doch. Dann kommt doch jetzt gleich die Stelle, wo sie danach in einem Kasten ist. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Hm. Das ist doch die Stelle, oder? Ich glaube... Hm. Ich denke mal, hier raus kann ich nicht. Man kann's doch mal probieren. Agentenstatus entlassen. Naja. Für Neu-Authentifizierung, Biometrieabteilung kontaktieren. Naja, wir wissen schon. Dann probieren kann man's ja mal. Nun, mach doch mal schneller. Du musst doch schließlich noch in deinen Kasten. Bin ich jetzt mal gespannt. Oh, die Mietetat ist wieder da. Cool. Komm her, streichel, streichel, streicheln. Miet, 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 miet. Irgendwie knuffelig. Das war bei einer Katze zu speichern. Irgendwie süß. Kann ich mir nicht helfen. Ja, ich möchte den Spielstand speichern. Und einen Schluck trinken. So. Aufstehen, Kleine. Miau. Ich war auch so eine Katze. Na, rahm, schwarze Katze mit roten Auge, der Hammer. Würde man wohl nie kriegen. Aber trotzdem, die Vorstellung, so eine echte Katze, total geil. Ja. Ah. Das ist ja nicht real. Aber lassen Sie sich nicht verwirren. Das ist doch etwas, bis Sie sich zurechtfinden. Aber Sie sind besser geworden als die anderen. Und die anderen. Wie gesagt, vollkommen entwehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Kommen Sie in die Quere, wissen Sie was zu tun ist. Und sie weiß, was zu tun ist. Sie hat sich ja Janosch erschossen. Joshua. Mir gefällt Janosch einfach besser. Ich kann mir nicht helfen. Kann ich hier auch was machen? Was ist das denn? Bitte Subjekt, Gesichtshand und Neuralprofil erstellen lassen. Wo denn? Ich glaube, hier wird mir niemand helfen. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier reinkrieche? Au, au, ich kann hier im Kreis gehen. Wieso liegt denn hier eine Leiche? Hallo? Du siehst ganz schön scheiße aus. Mach dir nichts draus. Das passiert jedem mal. Aber wenn hier schon so eine Schächte sind, dann kann man ja davon ausgehen, dass hier gleich Zombies kommen. Und ich mich in dem Schacht verkriechen kann, kurzzeitig. Ja, ich muss mir immer erst mal alles angucken. Ich weiß schon, dass ich an den Computer muss, aber ich muss immer erst mal gucken. Luki, Luki machen. Rauchen. Ach, und so schnell habe ich mir jetzt praktisch wieder meine vom Entlassen weg jetzt hier wieder eingedingselt halt. Meine Fresse, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Jetzt könnte ich ja rein theoretisch die Tür öffnen, wa? Ha. Oder auch nicht, weil ich den Fahrstuhl nicht betätigen kann. Was soll denn der Scheiß? Nein? Das wäre auch zu einfach gewesen. Denn hier irgendwas? Ach, die Tür ist aufgegangen. Das habe ich gar nicht geschnallt. Bleibt ja liegen. Ja, tut mir nichts. Ich habe nämlich keine Waffe. Ich weiß nicht, was ich meine... Ich habe so gesagt, du sollst mir nicht drohen. Mann. Ey. Was ist das für ein Schacht? Ey, jetzt mal ernsthaft. Ich muss mal gucken. Ne, der bringt mir ja viel. Äh, ich war es nicht. Was war denn da? Die Tür? Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ne. Was ist das denn? Scan. Bitte, während das Gedanken vor dem Land steht. Hehehe. Okay. Ich habe ja sonst keine Hobby. Ja, nie. Ja, nie. Ich würde euch gerne gegenseitig vergleichen. Bitte Neuralprofil erstellen, um Autonomisierung abzuschließen. Ja, machen wir. Ich hau doch erst mal ab. Weil mich eh nicht wählen kann. Lass die komischen, was auch über sind. Selber machen. Na, hau doch ein. Dreh doch mal dagegen. Mach doch mal irgendwas sinnvolles. Oh, weibern, ne? Ja, okay, dann geht hier dann. Wollt mir wahrscheinlich auch nicht springen. Okay, doch. Vielleicht. Kann ich hier irgendwas machen? Äh. Äh. Wo kommst du denn näher? Vielleicht ist das blind? Meinst du? Vielleicht sagst du das auch nur, weil du blind bist? Ich weiß, die Aussage hat von Synergie. Aber egal. So, es nützt alles nichts. Ich muss hier und so da. Ich muss irgendwie noch einen anderen Scan-Wissen machen. Ich muss vergessen, welchen. Oh. Sie sind blind, aber nicht auf. Logischerweise. Seid alle floffig, okay? Ich hab nichts gehört. Das hat sich da ziemlich laut nah angehört. So, da. Ja, guten Appetit wünsche ich dir. Ich versuche mal zu schleichen. Ist vielleicht besser. Ja, jam 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 jam. Guten Hunger. Ich bin überhaupt nicht da. Ihr seht mich nicht. Und ich euch auch nicht. So weiß ich gerade nicht wohin. Ich muss nicht ganz gut sind. In die andere Richtung. Das ist richtig pervers. Aus meinem Kopf. Komische Gedanken. Ich hab's hier ab. Ich hab's hier. 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 schon wieder so ein komischer Ding oh muss ich alle zum Leuten denken oder muss ich alle aufmachen wir werden es nie erfahren weil ich für so ein Spielchen schon immer zu berufen ich erkenne einfach den Sinn nicht dahinter ich bin die Zukunft will es rumklicken hat immer geholfen entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht das ist ja auch schon wieder ärgerlich das heißt das sind einfach nur so blöde Rätsel und das heißt ich hätte den anderen auch schon aufknacken können ätzend mach komm schon, geh doch einfach aus ich weiß nicht ich habe alle ausgekriegt super, nur da war das nicht die Lösung toll ach, leck mich am Arsch ich geh in Rente schon voll nein nach komm schon sei doch nicht so ein Spielverderber das wird nie wird für so weit bin ich einfach nicht gemacht ich gehe einfach mal los weiter auf irgendwelche Tasten vielleicht funktioniert irgendwann mal was da hey tatsächlich das heißt ich habe hier schon irgendwie ein Brieffragment vergessen toll genau wie in dem anderen Kasten dann naja dann hätte ich mir das eigentlich sparen können weil ich werde sie am anderen auch nicht zusammenkriegen im anderen auch nicht zusammenkriegen im anderen auch nicht zusammenkriegen da ich den anderen ja nicht hab werde ich jetzt eh nicht zusammenkriegen mensch was richtig denn das wirft aber jetzt weiterhin die Frage auf wo soll ich denn jetzt eigentlich hin ja gegen anlocken ich weiß schon wie das funktioniert ok du wirst da wahrscheinlich weg wow die kommen dann auch gleich beide das war so nicht geplant aber trotzdem lustig ohne Witz die ist da gerade so ein bisschen auseinander gesprengt das fand ich lustig nicht seltsotrotz muss ich mir hier ein bisschen noch am Schlimmer reißen ach ja Gott jetzt schon wieder hier ähm um das Brieffragment habe ich wahrscheinlich auch wieder nicht das verstehe ich auch nicht dass die Sachen die man hier gesammelt hat dann hat immer obwohl ne war im anderen Fall auch so ich hab mich schon wieder im Spiel verlaufen hm passiert äh na gut also dasselbe Spielchen nochmal hier hinten hat es mir glaub ich eh nichts gemacht also ich lehne genau weil hier das verstörende Bild was immer noch sehr verstörend ist wenn man mal drüber nach so du kannst mal gleich wieder um die Ecke ziehen weil ich muss mal deinen Kumpelfreund wegbewegen aber nicht dich die Frage ne wenn er vorne ist könnte ichs nüten dann könnte ich schon irgendwie umkreiden oder so hier drüben so dann sind sie ja wahrscheinlich alle auch mal ne gar nicht nur er der wird auch gleich rot und der schämt sich ein bisschen so egal irgendwie hat er mich grad mitgekriegt aber egal ich wollte grad sagen haben die mich grad gefressen nö der hat sich selbst gesprengt ich dachte grad der hat mich erwischt krass jetzt gehe ich hier mehr Platz kriege ich nicht das ist aber nett wenn ich jetzt da durchkomme wenn ich jetzt schneller sein au au wo war ich eigentlich nicht au ich hab auch keine Ahnung die sind verrückt also mach ich nie wieder auf waaah was sind das für Freaks wenn sie doch angeblich blind sind ja okay dann hören sie gut aber ich hab doch ich hab doch mitgemacht ich war doch leise dachte ich zumindest na gut ich muss mir nicht noch mal seit wann bist du denn hier ne den hab ich vorhin gar nicht gesehen na toll ja da brauchst du auch gar nicht niesen Hund ne echt jetzt mal ich weiß dass ich mich trottlich anstelle mein Hund lacht mich aus das ist sehr gemein ich hab schon erwähnt ich hab schon erwähnt dass ich die ganze Schleichscheiße so ein bisschen nicht leiden kann wenn es mal so phasenweise ist aber man auch Optionen hat also zum Beispiel die Option nicht zu schleichen ja auch wieder eine ganz andere Schleiche mal ernsthaft das ist doch auch nicht nett durch das Geräusch von der Tür wird das Vieh aufgeschränkt schön und rennt dahin und dann stehe ich da ätzend und nochmal und nochmal warte jetzt mal bis er knallt und ne ne das wäre doll nein du darfst nicht laufen du schleichen naja ich versuche das ja so oft mit nur schleichen ach so doch jetzt nicht dann ist das viel egal ok dann war da dann ist es wieder hoch aber habe ich doch gar nichts gemacht warum hört es auf zu pressen ok die sind alle ein bisschen crazy aber gut du hast recht jetzt sind sie ja nicht mehr rot sondern nur gelb also war das mein Fehler danke und es hat wieder nicht gereicht ja danke das habe ich mir auch gerade gedacht trotzdem finde ich dass es nicht einfach ist mal sag ja so ne Schleichdinger sind eh nicht mein mal sag ja so ne Schleichdinger sind eh nicht mein ja zum Beispiel Assassin's Creed da ist es Mischmasch du musst mal schleichen aber bis nicht darauf an das ist einfacher zu machen das ist hier ist schon ein bisschen schwerer was ist das da ist es und das ist auch auch nicht da ist weit weg ja genau das habe ich ja auch schon gesagt ich weiß nicht ob du da schon dabei war dass ich das auch nicht ganz so nachvollziehen kann ich sogar mal extrem wo ich mir denke das ist so anders und ich das nicht ganz verstehe das habe ich auch gar nicht verstanden weil es ein komplett anderer Spiel ist hier verbrennen wenn ich dich anleuchte das nenne ich mal tatsächlich interessant die Viecher explodieren wenn ich hier anleuchte toll wer nicht warum nicht die Nase nicht dran wahrscheinlich ok lass mich einfach in Ruhe du kennst mich gar nicht ok oh ich weiß nicht dass ich hier in sicherheit bin ah du geh weg warte lass mich trotzdem mal durch ja aber eine Lugina nennen wenn ich ja mal gespannt ob diesen rumgeschleichen es dann doch wert ist wenn man im Endeffekt die Infos bekommt die meiner Meinung nach im Hauptspiel gefehlt haben sollte es dann doch so sein dass ich denn das hier praktisch beende und denn alles weiß dann hat sich das für mich zumindest dann doch gelohnt sich hier durchzufehlen wo Aufnahme sie haben eine ganz schöne Akte wie ich sehe sie haben während der Polizeiausbildung lesen gelernt ich bin beeindruckt sparen sie sich bitte ihre Sprüche was ist das für ein Ort wo bin ich hier sie wurden festgenommen Miss Kidman sie sind vorerst in Gewahrsam aber das ist offensichtlich nicht wahr danach habe ich nicht gefragt das hier ist kein normaler Verhörraum in der Untersuchungshaft gibt es keine gepolsterten Stühle keine aktuelle Adresse mit 14 auf sich allein gestellt von zuhause abgehauen erstaunlich dass sie so lange durchgehalten haben ohne einen Ausweg zu suchen wenn sie wirklich so schlau sind wie sie tun hätten sie doch längst ihr Leben umgekrempelt mir geht es ums Überleben sie meine ich bin sauer weil ich erwischt wurde im Knast bekomme ich kostenlos was zu essen kann ich mit leben was wenn ich ihnen sage dass es ab heute anders sein könnte sie sind ein schlaues Mädchen nichts zu verlieren niemanden der sie vermisst jemanden mit solchen Eigenschaften könnten sich sehr interessante Möglichkeiten eröffnen sie wollen sie wollen mir eine Art Freifahrtschein anbieten nicht ganz aber etwas ähnliches schießen sie los hm also hatte ich ja recht dann war die Akte die wir am Anfang gelesen haben doch ihre und man wird schon aufgeklärt naja dann bin ich ja mal gespannt so ich denke mal jetzt müssen wir mal noch hier drin rumwühlen hier nimmt drinnen Profil erstellt Profil entspricht entlassener Agentin Julia Kidman Entlassungsgrund Befehlsverweigerung Profil reaktiviert Daten wurden zur Analyse an Mobils gesandt Befehlsverweigerung das ergibt keinen Sinn Egal jetzt müsste ich die Türen aufbekommen hm vielleicht aber doch weil wenn wir den Hauptspiel laufen können wollte sie ja Leslie töten dabei sollte sie Leslie zu denen bringen die Frage ist nur warum wir sie Leslie töten und denen nicht überlassen ich denke mal das werden wir schon noch raus bekommen jetzt werde ich wahrscheinlich auch mit dem Fahrsteuer kommen können boah jetzt weiß ich wusste doch hier kommt noch ein Zombie habe ich nicht gesagt der hat diesen Hunger sagt er der hat diesen Hunger sagt er nein ach komm schon nein 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 Habe ich jetzt überhaupt den Knopf gedruckt? Oh Na der Fahrstuhl sieht schon aus wie so ein Kasten ne? Nein doch nicht ich dachte jetzt gerade das ist so komplett zugleich Bob drin im Kasten war da vorhin schon so viel Grünzeug vor der Tür? hm ich weiß gar nicht warum ich mich umgucke ne? weil im Endeffekt äh ja aber die beiden sind hier lang gelaufen hier? das ist ja ein Abteil den wir aus dem Hauptspiel eigentlich gar nicht kennen verstehe ich nicht was war das denn? hat sich anguckt wie Leslie? weiß ich nicht aber das ist ein Aspekt den verstehe ich denn doch gerade irgendwie nicht weil wir waren wir doch mal aufspiel gar nicht also wie können wir denn da praktisch jetzt ne Episode sehen die wir eigentlich gar nicht gespielt haben also ich meine jetzt von Sebastian und und Janos gelöst hier Jose Jose Mensch Jose 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 äh 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 das hab ich grad irgendwie gar nicht geschneit was ist das denn der lege ich erstmal alles aufgerissen und erst mal voll verschlungen der Venus fliegt man ist ein Scheiß gegen das Ding los jetzt hier schneller 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 ich muss alles wissen mal kurz sortieren wenn ich hier stehe und sie kommt von da dann muss ich mich schon auf der anderen Seite gesteckt am besten sofort Adele Achtung Fehler bitte warten Sie bis jetzt kommt sie von woanders raus das ist das passiert nicht mehr alles 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 wenn sie jetzt gleich umdrehen habe ich was machst du denn wo gehst du jetzt hin nein das fiel macht mich irre was ist denn das denn kackt frage ich mich sowieso und die ruft ja ständig Leslie irgendwie warum warum tut die das gut also was sagt uns da am besten erst losgehen wenn sie kurz vor ihm steht und nicht direkt hinter ihr stehen auf ein neues ich bin nicht ich verstecke mich einfach gleich hinten achten fehler bitte warten sie bis die Und dass man nun wieder in der Erde stellt ist. Energie wieder bei 20 Prozent. Auch so deutlich, weil ich gerade gar nicht, wo sie ist. Ja, und schon hat sie mich doch wieder. Nein, geh schnell um die Ecke! Hör auf! Das nervt mich gerade, ne? Habe ich gerade keinen Nervensohn, ohne Scheiß. Geht mir grad so ein bisschen auf den Kegel. Ich versuche das jetzt noch einmal und wenn ich es dann nicht schaffe, dann höre ich auf. Weil ich merke gerade, dass ich ein bisschen angefisst bin und das ist nicht gut. Oh, das kotzt mich an. Versuche jetzt einfach mal vielleicht mich gar nicht zu bewegen, sondern einfach nur zu hocken. Beim letzten Mal hat das auch geklappt. Da hat sie mich ja dann nicht gesehen. Vielleicht klappt das wieder so. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die ersten Versorgung wieder hergestellt ist. So, na gut. Und wo gehst du zuerst hin? Alter! Ahh krass, also auch nicht! was soll's ich ärgere mich jetzt heute nicht weiter ich beende denn heute einfach den stream was sonst kriege ich heute noch eine rastung dafür habe ich heute einfach keinen nerv aber nichtsdestotrotz werde ich das die tage definitiv weiter probieren weil ich will ja nur schon wissen wie es weitergeht dann kann ich mich wieder mit dem vier umärgern vielleicht stelle ich mich dann cleverer an als heute heute sind einfach nicht mein tag ich hoffe auch dass er denn hier gespeichert hat ich denke mal schon hier war ein komponium ja und dann sage ich mal auf jeden fall danke für jeden fürs zuschauen und jo ich hoffe man sieht sich beim nächsten mal euch noch ein schönes wochenende und macht's gut so Vielen Dank.